Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Trashies. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Danny und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den neuesten Trash News. Und heute, heute mit einer Schlagzeile mal wieder von Kim Virginia und 24 Tim. Hier scheint sich jetzt nun ein Treffen anzudeuten. Entsprechend werden wir auch bald eine Menge Drama wieder haben. In der Vergangenheit, das muss ich mit dazu sagen, gab es auch, was Kim Virginia betrifft, eine Menge Berichterstattung. Und hier hatte ich tatsache auch einige Kommentare bekommen, wieso ich denn nicht auch über die aktuelle Situation bei Kim berichte. Das hat zwei eigentlich ganz einfache Gründe, wie hier bei Danny's Trash Highlights sind ein Unterhaltungs-YouTube-Kanal. Wir machen Unterhaltungsnachrichten, News aus dem Trash-Bereich und das Hauptziel ist es, zu unterhalten. Politische Debatten werden wir hier auf dem Kanal nicht zeigen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir keine politische Meinung haben. Das hat was damit zu tun, dass wir hier einfach keine politischen Themen besprechen, weil wir ein Trash-Kanal sind. Und wir werden auch keine heftigen Straftaten hier besprechen. Das ist gar nicht das Ziel von den Trash-Highlights. Das machen wir nicht und das war auch der Grund, warum ich das Thema nicht besprochen habe. So einfach ist das. Und manche fanden das ziemlich gut, andere fanden das nicht so gut. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber das ist so ein bisschen das Recht, was wir uns natürlich auch rauszunehmen, dass wir uns bei den Themen auch abstimmen, was wir besprechen und was nicht. Und das war, wie gesagt, ein Thema, welches hier bei uns auf dem Kanal nicht besprochen werden musste. Was aber nicht bedeutet, dass man darüber nicht reden soll. Das heißt nun, dass wir darüber nicht gesprochen haben. Aber Kim braucht auch gar nicht solche Schlagzeilen, um in den Medien stattzufinden. Nein, es reicht manchmal schon ein kleines Frageründchen aus, welches sie hier auch ihren Zuschauern zur Verfügung gestellt hat. Und natürlich von insgesamt, ich glaube, sechs Fragen drehten sich zwei um Tim. Und Tim ist ja aktuell auch in den Schlagzeilen aufgrund seines Konzerts oder was es da war. Entsprechend ist das natürlich auch toll, sich mit seinem Namen zu schmücken, um in der Boulevardpresse stattzufinden. So zumindestens der Eindruck. Und ich zeige euch mal hier schon im Katzenreporter-Handy die erste Frage, die sie gestellt bekommen hat. Tim, was läuft da noch oder auch nicht mehr? Und sie schreibt, wir treffen uns in den nächsten Tagen. Etwas, was wir schon wussten, dass ein Treffen ansteht. Dieses Treffen scheint aber schon seit mehreren Wochen geplant zu sein. Ich frage mich halt immer, wie lange geht so eine Kennenlernphase? Hat man dann irgendwann eine einjährige Kennenlernphase? Herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Jubiläum der Kennenlernphase. Ich weiß es nicht. Jetzt geht die Kennenlernphase schon seit sechs Monaten. Also die Hälfte haben sie schon rum. Und auch in der zweiten Frage drehte es sich um Tim. Und zwar wurde gefragt, hast du dich mit Tim ausgesprochen? Und Tim antwortet, wir quatschen in den nächsten Tagen mal über alles. Und dann kann man dazu genaueres sagen. Zitat Ende. Und jetzt denkt ihr, ja, das ist ja alles gar nicht so viel Information. Ja, habt ihr nämlich falsch gedacht. Denn es gibt natürlich auch aufgrund dieser kleinen Geschichte schon die ersten Schlagzeilen. Und zwar, Promiflash hat hier natürlich sofort berichtet. Aber die gehen ja auch ein bisschen tiefer rein. Und deswegen gehen wir mal in den Promiflash-Artikel rein. Und ich sage euch mal meine Einschätzung, was uns in den nächsten Tagen erwarten wird. Zitat Treffen geplant. Kim und Tim Aussprache. Wie geht es mit Kim und Tim weiter? Die ehemalige Temptation Island-Verführerin und der TikToker hatten nach dem Dschungelcamp miteinander angebandet und sich anschließend immer wieder getroffen. In den vergangenen Monaten hat sich Kim jedoch von Tim distanziert. Auf die Frage eines Fans, was denn nun der Stand der Dinge bei ihnen sei, antwortete die einzige Flugbegleiterin in ihrer Instagram-Story, wir sehen uns in den nächsten Tagen. Sie wolle über alles reden und denn genaueres sagen. Zitat Ende. Was mich hier ein bisschen wundert, ich erinnere euch noch an mein letztes Video über Kim und Tim, da hat sie gesagt, dass sie nicht den Vibe mehr bei Tim hat. Das war relativ genau zitiert. Sie hat den Vibe nicht mehr. Das ging so um die aktuellen Storys, die Tim so gemacht hat. Das hat ihr alles dann nicht mehr so gefallen. Und ich frage mich immer, was denn in ihr denn den Vibe auslöst, dann doch wieder mit ihm und über ihn zu sprechen. Ist es denn dann der Vibe für Reichweite? Ist es der Vibe für ein bisschen mit seinem Namen in der Berichterstattung stattzufinden? Oder was ist denn der Vibe, der sie jetzt hier gejuckt hat? Na gut, wir gehen mal weiter im Artikel. Tim verriet vor wenigen Tagen im Interview mit RTL, dass er selbst nicht sagen könnte, was aktuell das Problem bei ihnen sei. Ich weiß gar nicht, ob es vorbei ist. Tim folgt mir ja nicht mehr. Ähm, was soll denn vorbei sein? Da war ja nie was. Die Kennenlernphase? Ist die vorbei? Ich weiß es nicht. Er sei sehr überrascht gewesen, dass die Influencerin ihn aus ihrer Abo-Liste gestrichen hat. Schließlich sei von seiner Seite aus nichts vorgefallen. Deshalb betonte er, Redebedarf zu haben. Wir waren jetzt beide in Miami durch Zufall. Das klingt ja eigentlich noch trashiger als jede Relative-Format. Aber wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Wir haben uns nicht getroffen. Wir müssen noch miteinander reden. Und das war jetzt auch diese Geschichte. Ich wiederhole das bewusst. Denn wir wissen von Max Bornmann, dass quasi Kim Virginia ja eine Beziehung faken wollte. So Max Bornmann. Und auch mit ihm gemeinsam einen Fake-Urlaub machen wollte. Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich vermutet habe, dass Besagtes mit Tim geplant war, dass es denn dann irgendeinen Konflikt gab. Vielleicht, weil man im Musikvideo Sherry Sherry Lady dann doch keine Rolle gespielt hat oder spielen durfte. Und deswegen ist dann dieser gemeinsame Urlaub ausgefallen. Und man ist jeder getrennt geflogen. Aber das alles nur Mutmaßungen. Von Katzen-Reportern, die geflüstert haben. Hier haben wir noch den letzten Absatz. Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Im Promiflash-Interview hatte Kim zuvor erklärt, dass es mehrere Gründe gäbe, warum sie Abstand von Tim genommen hatte. Konkret nennen wolle sie dieser aber nicht. Dennoch hatte sie klargestellt, dass sie nach wie vor in einer Kennenlernphase seien. Ich hoffe natürlich am Ende des Tages, dass es eine Beziehung wird. Aber wenn nicht, dann freue ich mich einfach, dass ich einen so tollen Menschen kennenlernen konnte. Und dann gibt es ja auch eine Umfrage. Und da wurde gefragt, glaubt ihr, dass die beiden ihre Probleme bei dem Treffen klären können? Und 36 sagen, ja, davon gehe ich aus. Und 119 sagen, nein, ich denke, da gibt es ordentlich Stress. Zitat Ende. Und ich habe schon gesagt, der Artikel ist aktuell. 10.6. Ja, also der ist quasi von gestern, der ist aktuell. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, was passiert denn jetzt hier? Also, ich bin davon überzeugt, dass wir natürlich noch einmal ein Kim und Tim Thema sehen werden. Allerdings glaube ich, das ist alles hier auf diesem Kanal eine persönliche Meinung. Ich persönlich glaube aber, dass Tim diese Nähe gar nicht mehr möchte. Nicht etwa, weil es eine Kennenlernphase war oder weil die so glücklich miteinander war. Nee, ich selber habe nie an eine Kennenlernphase geglaubt. Ich glaubte, ich glaubte und glaube, dass das hier alles mehr um ein Marketingding ging. Und das alles in Richtung Sherry Sherry Lady, dass das der Ursprungsplan war. Und hier aus irgendwelchen Gründen, vielleicht auch als denn damals diese ganzen Gewaltvorfälle durch Prominent Getrennten dann auftauchten, dass man denn dann gar nicht seitens Tim, sondern seitens Bohlen, das Management gesagt hat, nee, nee, die Krawallnase wollen wir nicht im Video haben. Und entsprechend war Kim sauer. Aber entsprechend sind denn dann die Wege, die Wege des Marketings auseinandergegangen. Dieser geplante Miami-Urlaub wurde denn auch kurzerhand getrennt zelebriert. Und man ist dann vielleicht noch mal drei Tage früher oder später hingeflogen, damit das halt dann alles nicht so auffällt. Ansonsten ist die Erde ziemlich groß und die Wahrscheinlichkeit dann doch etwas geringer, dass man fast zeitgleich an denselben Ort im Urlaub macht. Die Fans haben es geglaubt. Ja, die Hardcore-Fans glauben aber auch alles, was Tim und Kim ihnen erzählen. Wie hier auf den Strasher-Lights. Wir bleiben kritisch. Wir hinterfragen einige Umstände und sind dann auch davon überzeugt, dass noch was passieren wird. Nämlich, es schuldet ja beide ihren Fans ja noch eine gewisse Aussprache, entweder positiv oder negativ. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, wir wären alle Zeuge in den nächsten Tagen nach dieser Aussprache, dass folgendes passiert. Kim und Tim haben sich miteinander ausgesprochen und haben festgestellt, dass der Vibe einfach nicht da ist und dass es hier keine Übereinstimmung geben wird. Entsprechend, je nachdem, was Tim und Kim abgesprochen haben, gibt es dann vielleicht noch mal zwei, drei Wochen Beef. Kim schießt ein bisschen, redet vielleicht über Tims, sagen wir mal, sexuelle Gewohnheiten im Bett. Irgendwie sowas in die Richtung könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das hatten wir ja bei Kim auch schon erlebt. Und Tim wird das alles runterspielen und sich damit nicht kümmern, darüber nicht sprechen und das in seinen Storys nicht thematisieren. Es gab zwar so eine kleine Tim- und Kim-Fangemeinde, ja, aber der größte Teil seiner Community, so hatte ich den Eindruck gehabt, hatte keinen Bock auf Kim. Und bei Kim war das ein bisschen anders. Tim hat zwar ordentlich Reichweite dadurch gewonnen, aber dieses, ähm, ja, sagen wir mal, dieses Werbebanne-Fake, das thronte hier über alles drüber, meine Lieben. Also eine kleine Einschätzung meinerseits zu der aktuellen Sachlage hier bei Kim und Tim. Ich denke, wie gesagt, in den nächsten Tagen dürfte es spannend werden. Ich sage jetzt erstmal Tschüss, bedanke mich fürs Einschalten, guckt gerne in euren Katzenkalender. Morgen am Mittwoch um 19 Uhr sehen wir uns hier live auf Dennis Trash Highlights. Ich freue mich sehr auf euch. Macht es bis dahin erstmal gut. Tschüss.